eine schwere entscheidung nehmen wir dann gehen wir in die berge oder gehen wir da hin zeit für den kampf hörst du auf die entfernten stimmen zeit für den kampf ronado called the rebel council to let them know together their forces then he killed the fire speaker toad why because to make sure his sword was shot oh no that's awful so no one else could use it yes that's it then he set off for the ruins and the secret rebel base ja und da machen wir mal kurz alle platt muss ja sonst kommt man ja nicht weiter so oh the ruins were crawling with ravens probably looking for the secret base from out of thought but then he realized they're probably looking for me they must be very scared of me well here i am you are the best warrior ever whispered the idleston and he had to agree with it for once who was as good as ronado kiste sammler die rebellen solche die rebellen aufsammeln heute in der tasche stecken oder was habe ich über ein level ab noch nicht so dann mal hin da war so eine kiste war cool ich überleg mal einsacken und ein paar ärzte aber eigentlich fast schon das nächste schwert bauen ja alltag eigentlich benutzen ich habe ja nichts genau so wie hier die bergbahn und da noch eine kiste so jetzt seid ihr dran so jetzt habe ich ein level ab wie man auch mal zu dem altar zurückkommen kann müsste ja eigentlich woher ding gewesen ist aber glaube ich hier da so was nehmen wir denn stürzen gegner hindurch hakenschaden ist auch nicht verkehrt kombo taktischer kampf muss haben wir hier denn durch bohrer gegner mit einem schwert wenn du ihn greifst um schaden zu verursachen ja das finde ich auch sehr praktisch aber ich glaube ich steigere erstmal meine maximal gesundheit das ist ja immer gut so guck mal hier noch eine kiste so sind die auch weg da ist ein hebel diese komischen affen hier hallo so der weg habe ich mir schon gedacht wofür auch sonst wo ich auch mal weg machen kack viecher so ist ja ruhe dem viechern mal zu lesen nö ok dann gehen wir mal hier weiter tür auf und ab nach unten zum imperator hallo Oh, Schild weg. Ui. dann muss ich mal ein feuer benutzen her so hier weg mit euch Lappen ey da geht noch die tür auf nicht hier noch irgendwas rum weil ich gebrauchen kann sieht nicht so aus falsches Schwert das haben wir noch nicht also können wir da noch nicht rein was hat ihr? achso ein Geheimgang Bernardo strode in to the council let's do this thing let's make me emperor they looked confused and nervous ah had he mentioned the emperor thing he meant to bring that up later I mean let's go win this rebellion he waved his sword around encouragingly they ran cowards he'd stop them he cut down a few to inspire the others but soon there was no one to cut down well then he'd have to attack the fleet alone more for me he said unless it was the stone that said it traitors traitors all of them they'd run rather than following him rather than cheering him what should he do to the cowards anything he wanted to after all he was a true hero the best warrior there ever was no one could stop him now but first finish him the emperor that is yeah we have to make the emperor platter let's see what he can do hopefully not too much maybe he'll make us later platter would not be nice so let's continue that toilet can't do where was the rebel fleet they didn't even try Kapitel 5 they were going to miss a day in history the downfall of this dynasty and a new one to take its place he didn't have to kill all the ravens he could enslave them and enslave the toads too all the animals would worship him as a god for he had once been a god they would willingly give him their blood and their souls and the world would change would become familiar again kill the emperor yeah oh no it's not going to do it we haven't done it yet we have done it okay okay the portal was heavily guarded it must go someplace they really didn't want him to go oh do we have done it weg ich bin ich will hier auf den schiffen wenn da mal genug energie drin wäre wenn die Dinger schon kaputt schlag das ist ja meistens nicht so eigentlich total doof Energie hier ich könnte mal eben kurz mein Leben wieder auffüllen so und dann fliegen wir mal weiter was hast du gemacht wenn eine dieser Plattformen stammt? Ah passiert schon nichts Hallo zack was haben wir denn hier noch drin? bisschen energie, bisschen gesundheit schön eigentlich brauche ich nur mehr energie als gesundheit ja 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 Bernardo was glowing with dark power. Already the sun had dimmed, you could do anything you realized. Oh, a box. Gesundheit und Erz. Black, the black sun. Tja, hier ist nix. Hier rüber, so. Ist auch nix drin. Hier noch Kisten. Da sind noch zwei Kiskis. Da ist noch ein bisschen weiter Energie und Heilung. Schön. Oh, da waren sie schon. Hm. Da ging ja schnell. Ah, hier hast du die scheiß Kanonen wieder. So, zack, das war dies. Kennen wir ja alles schon. Na gut, die Geschichte wiederholt sich natürlich so ein bisschen. Also die Plattform, wo man halt so hinkommt. Na die Level. Na die Level. Sprengst du ihn mit dem Emperor. Spannend, dass dieser ganze Krieg gekommen ist, weil der Emperor Angst hat die Todes. Und jetzt kommt es für ihn. Da war eine Art von Lehren, nicht wahr? Oh, mehr? Oh, hat er mich doch geschlagen? Der Wicht. Hey, was soll er hier sein Schutzschuhl weg machen? So, weg mir durch. Wer kommt jetzt denn? Muss ich da jetzt rein? Oder kommt der raus? He found the Emperor and the Council huddling by his ship. Plotting. They saw him and cowered before him. Back to hell, fiend. Croaked the Emperor desperately. In the name of the Transcendent Emperor, croaked the Speaker. They held some arcane items he didn't recognize. He simply flexed his will and sucked their souls out of their bodies. And Iblis exulted. It is finished. And the void that had been a mere stone on a sword expanded. It stretched and ripped like a vast womb. And a gaze black and pitiless as the sun passed through the void into the land. And so time ended. And, just like that, he was alive again. And back on the Farfarer, still fleeing burning Ubar. The Book was still open before him. So, the Book was a portal. It took you to the future, when your destinies would branch. He had failed and died three times. But he'd learn another true thing. The Iblis Stone was evil. It would try to corrupt anyone who used it. So. Neue Story abgeschlossen. Geschichte 12. Das Erwachen. Ein Held, der die Macht mit offenen Armen begrüßt, der über das Heldentum hinaus wächst, der es wagt zum Gott zu werden. Belohnung Level hoch. Mhm. Neue Wahrheit enthüllt. Der übliche, der ihn benutzt. Belohnung. Stufe 4 Fähigkeiten freigeschaltet. Story 5, Story 21, Story 12. Die, der wir noch eine Wahrheit nicht entdeckt. Die müssen wir halt noch entdecken. Aber er beginnt sich zu fühlen, als er sich in den Händen gefühlt hat. Es gab einen Weg zum Erfolg. Er konnte es fühlen. Er hat einfach nur den Weg zu gehen. Mit dem, das Buch flutterte zurück nach dem Beginn. Und er hat sich in den Händen. Die Wolken über die Isle von Boreas gingen. Es war Zeit, zu wählen. Die Rebellion war in Trouble. Ravens waren scouting für die secreten Rebel Base. Sie brauchten ein Game-Changer. Pieces der Skyripper gab. Bernada wusste, dass es könnte, dass es nicht so schlecht geht. Aber er war sicher, dass er wie sicher sein kann. Also, ein Tempel wurde aus dem Empte desert. Der Iblis-Stone war da. Es war ein gefährliches Artefakt. Es könnte sich in den Händen auszübieren. Vielleicht könnte er einen Weg finden, um ihn zu benutzen. Um seine Macht zu nehmen, ohne ihn zu verabschieden. Und auch... Sein altes Freund, Lupino, brauchte ihn. Natürlich. Renato hatte ziemlich starkes Wunderschön, dass Lupino das Rebellion hat. Aber es könnte Renato wirklich ein altes Freund zu den Ravens? Ja. Hm. Ist wieder eine schwere Entscheidung, was wir da nehmen. Ne? Können wir aus drei auswählen. Wir haben alle drei schon gehabt, natürlich. Und äh... Müssen wir mal gucken. Das ist für eine schwere Entscheidungsk enseñ. W chimischeebund. Können wir uns noch 100分 mit riret. W Federation des Jahres. Maun Ummland.